Mabilin, Schabe, Frusten, Mabilin, und es wird doll in Rotterie, doll in Kalastinie, doll in Kalastinie. Im Namen der Himmel und der Freiwillige Daug h I Taun, I Taun, I Taun Mit einem Allah und einem Engel But einem SPD Essser K на Seite Das war's für heute. Kurayt ist liberatet, Irak's army ist verletet, unsere Militärer Objektiv sind verletet. Wir haben entschieden, dass es ein Nationwide alles klar ist, das bedeutet, dass alle Menschen in Israel in den Staat können, ihre Gäste nennen, sie wieder in den Storz, sie können die Kälte aus der Kälte aus der Kälte, und Leben in Israel in generell kann zurückkommen. Wir wissen, dass es eine konservative Dämpfe getan hat in Israel zu Leben und Leben von den Irakischen Mitteln und die Irakischen Mitteln haben, Und wir haben die Requisition für die Requisition. Wir denken, dass die Deportation essentiell ist, mit Blick auf bestimmte Individuen, dass wir solidensweisen, die auf jeden Fall sind, in provochen und instigieren Terrorist-Aktivitäten, denn in diesen bestimmten Fallen müssen wir das machen.